Guten Morgen Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video und heute möchte ich etwas ganz Besonderes mit dir machen. Ich möchte etwas ganz Besonderes starten und zwar war ich gestern Abend zu Hause und ich habe gestern wie immer die Bibel studiert. Da kam mir eine Eingebung, die kam mir schon mal, die kam mir damals schon mal und diesmal möchte ich darauf hören. Und ich habe mir gedacht, ich möchte mit euch jetzt jeden Tag die Bibel studieren, ich möchte jeden Tag ein Video hochladen. Ich möchte dich sozusagen mitnehmen, ich möchte dich sozusagen motivieren, dass du das Wort Gottes liest. Und ich habe gestern mal im Bibellesen solche krassen Gewinne gehabt, dass ich so das Gefühl gehabt habe, dass ich dich unbedingt daran teilhaben lassen möchte. Und so kam mir die ganze Idee, dass ich dich jetzt mitnehmen möchte. Und ich habe immer wieder erkannt, egal was für eine Frage du hast, es geht immer wieder darauf zurück, dass du das Wort studierst. Weil wenn du die Bibel studierst, das löst letztendlich alles für dich, wirklich alles. Weil diese Worte, die gehen ja in dich hinein und die verändern dich, diese Worte, die verändern deine Seele. Weil jedes Wort ist ja Information und Information macht etwas mit dir und das dauert natürlich ein bisschen. Und es ist extrem wichtig, dass man sich jeden Tag mit der Bibel beschäftigt, dass man jeden Tag ein bis zwei Kapitel liest, damit das überhaupt richtig wirkt. Ja und deswegen habe ich mir gedacht, werde ich jetzt jeden Tag mit dir lesen und hol dir am besten einen Kaffee, halt das Video an oder einen Tee oder so. Und dann können wir gleich starten. Ja und du fragst dich vielleicht, wo fangen wir jetzt an? Also ich habe mir nicht gedacht, dass wir jetzt von vorne anfangen. Weil in der Bibel ist es so, dass egal wo du bist, du kannst überall was mitnehmen. Und allein in einem kleinen Kapitel hier steckt so viel drin und ich habe gestern zum Beispiel darüber noch viel nachgedacht und das hat so viel ausgelöst. Und deswegen ist es egal, wo wir anfangen. Also bist du bereit? Dann fangen wir an mit 1. Johannes. Der erste Brief des Apostels Johannes wurde von Johannes vermutlich 90 n. Chr. in Ephesus beschrieben. Ein Empfänger ist nicht ausdrücklich genannt. Johannes bekämpft Ehrlehrer, die das Menschsein Jesu leugnen. Und Merkmale des antichristlichen Geistes. Der Apostel erwähnt eine Reihe von Kriterien, an denen man den wahren Glauben erkennen kann. Und jetzt kommen wir zum ersten Kapitel. Das Wort des Lebens. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das beim Vater war und erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Und gleich geht es richtig los. Wandel in Licht und Sündenvergebung. Das hat mich gestern sehr angesprochen. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Also ganz wichtig, das ist die Botschaft, die diese Leute direkt von Jesus gehört haben. Direkt von unserem Meister. Und Jesus sagte, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis. Und da habe ich gestern noch sehr viel darüber nachgedacht. Also ich schreibe mir das immer auf, das nennt man Bibelmeditation, so wichtige Verse. Und dann denke ich darüber nach, was bedeutet das. Und dann gibt mir der Heilige Geist immer so Eingebungen. Und so gehe ich halt immer tiefer rein dort. Und wo ich so darüber nachgedacht habe, okay, Gott ist ja Licht. Das pure Licht, die pure Freude, 24 Stunden. Und das bedeutet, wenn du den Heiligen Geist in dir hast, dann bist du mit Gott verbunden. Weil der Heilige Geist ist die Kraft Gottes. Und wenn du den Heiligen Geist in dir hast, dann hast du auch nur Licht in dir. Und das ist ganz wichtig. Und wir gucken mal, wie es jetzt weitergeht. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Und ja, einige Leute, die denken ja, dass sie Gott in sich haben, aber haben gleichzeitig noch Dunkelheit in sich und sind dann nicht wirklich mit Gott verbunden. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Das heißt, wenn wir im Licht bleiben, das ist die einzige Aufgabe, dass wir so lichtvoll wie möglich bleiben. Und wenn wir lichtvoll bleiben, im Licht wandeln auf der Welt, das ist der Schlüssel, dann reinigt uns Jesus Christus von allen dunklen Sachen und von der Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Ja, wie oft sagen Menschen draußen, ja, ist alles gut, bei mir ist alles perfekt und so. Und ich habe gar keine Sünde, es ist alles in Ordnung so. Warum soll ich überhaupt was tun? Und die Wahrheit ist aber, dass wir alle Sünde in uns haben. Aber wenn wir das verleugnen, dann kann das Licht nicht völlig durchscheinen. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von allen Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lübner und sein Wort ist nicht in uns. Ja, sehr spannend, oder? Ja, ich habe damit sogar eine eigene Erfahrung gemacht. Und zwar im christlichen Leben ist es ja so, insbesondere wenn du im New Age warst. Also ich habe mich ja bekehrt, bin dann den Jesusweg gegangen. Aber es kann sein, und das steht ja auch in der Bibel drin, dass du wieder zurückfällst. Und das ist ganz oft so. Und wenn du aber zurückfällst in deine alten Strukturen, in deine alte Sünde, dann wird es nochmal richtig schlimm. Und so hatte ich das kürzlich. Ich habe mich irgendwie in meiner Sünde wieder total verfangen. Und ich habe so das Gefühl gehabt, ich komme da nicht mehr raus. Egal, was ich mache. Ich gehe immer einen Schritt nach vorne. Und dann falle ich wieder zwei Schritte zurück. So war das die ganze Zeit. Und letztens, ich habe einen befreundeten Bruder, einen Pastor, einen Ex-Pastor. Und der hat mich zu seiner Predigt eingeladen. Und das fand ich ganz toll. Und wie immer ist es so, dass die Predigt zufällig genau für dich dann ist. Und die Predigt, die war direkt darüber, über die Sünde und über deinen eigentlichen Wert bei Gott. Und da habe ich meinem Bruder Hans geschrieben, wird noch Raum sein für ein Gebet. Ich brauche so ein Befreiungsgebet. Und ich musste mir einfach eingestehen, ich komme alleine nicht mehr weiter. Ich brauche da irgendwie Hilfe. So, und dann war ich halt da. Und dann hat Hans halt gesagt, ja, was ist denn los und so. Und dann habe ich ihm das alles erklärt. Und dann hat er gesagt, pass mal auf, wir gehen jetzt mal in einen anderen Raum. Und dann haben wir uns die Bibel geschnappt. Und dann haben wir uns zu zweit in einen Raum gesetzt. Und dann habe ich ihm das nochmal alles erklärt. Ich habe ihm einfach die Wahrheit gesagt, obwohl mir das total peinlich war. Und ja, es fühlt sich einfach nicht schön an, wenn man Dinge tut, wo man merkt, es tut einem nicht gut. Das ist mir vorher aber nicht aufgefallen, bevor ich bekehrt worden bin. Denn das kam erst alles später. Weil wenn du den Heiligen Geist in dir hast, dann verändert sich alles. Und plötzlich kannst du gewisse Dinge nicht mehr machen. Und der Heilige Geist, der zeigt dir ganz genau, wo deine Fehler noch sind. Der zeigt dir ganz genau, wo deine Schatten und deine Dunkelheit noch im Leben ist. Und das hat er mir so krass gezeigt, dass ich so das Gefühl hatte, ich brauche jetzt wirklich Hilfe. Ich komme da nicht mehr raus. Ja, und das habe ich Hans dann alles erzählt. Dann hat er mir ein paar Bibelstellen gezeigt. Und dann hat er gesagt, willst du das wirklich mit Jesus? Möchtest du das vom ganzen Herzen? Und ich habe nicht gezögert. Ich habe gesagt, ja, klar möchte ich das. Weil ich habe so gemerkt, auch wenn ich wieder einen anderen Weg gehe, es fühlt sich auch nicht mehr richtig an. Ich kann gar nicht anders. Ich kann nicht anders, als den Weg mit Jesus weiterzugehen. Und somit haben wir dann ein sehr, sehr krasses Lossagegebet gesprochen. Und da wollte ich anfangen. Und dann sagt Hans, so machen wir das nicht. Wir knieten uns jetzt nieder. Und dann, ja, haben wir uns beide auf den Boden niedergekniet. Er hat angefangen zu beten. Und ich fing dann an, dieses Gebet aufzusprechen. Und das war für mich sehr, sehr heilig und kraftvoll. Und es war so schön, dass du jemanden auch hattest, der dir dabei hilft. Weil wir müssen nicht alles alleine machen. Es ist so wichtig, dass wir unsere Brüder um uns herum haben, die schon fest im Glauben sind. Und Hans ist schon seit 50 Jahren im Glauben. Das hat mir so geholfen. Und ich habe dann auch richtig diese Reue gespürt. Und dann habe ich Buße getan über die Sachen, die ich gemacht habe, wovon ich nicht loskomme. Und dann habe ich Jesus darum gebeten, dass er mich befreit. Und dass ich das nicht mehr machen möchte. Und dass ich jetzt Buße tue. Und ob er mir verzeiht. Und in dem Moment ist von mir so richtig was abgefallen. Mir sind so voll die Tränen gekommen. Weil es ist so schön, wenn du dann Buße tust und dann umkehrst. Es ist ganz wichtig, dass du von deiner sündhaften Natur, von deinem Fleisch, was ja immer gewisse Dinge machen will, dass du das übergibst. Und dass du dann umkehrst. So wie das hier in diesem Text stand, was ich dir gerade vorgelesen habe. Weil Jesus vergibt dir alles. Jesus vergibt dir jede Sünde. Und wenn du das tust, dann verwandelst du die Dunkelheit ins Licht. Und es war so schön danach. Wir haben uns dann im Arm genommen. Und ich war so, so dankbar. Und ich habe mich danach so befreit gefühlt. Ich hatte dann auch einen richtig geilen Tag noch. Ich war so richtig erlöst. Weil wenn du mal deinen ganzen Ballast mal abgibst, dann fühlst du dich einfach richtig gut. Dann fühlst du dich einfach richtig befreit. Befreit durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ja, meine Freunde. Ich hoffe, euch hat diese Bibelstunde gefallen. Ich möchte das jetzt jeden Tag mit euch machen. Also wir sehen uns dann morgen schon. Ja, du kannst diese Predigt dir dann morgens anhören oder mittags. So wie du halt das gerne möchtest. Oder abends halt auch. Also vielen Dank. Bis morgen.